Hugo Kersten Wir sind die Namenlosen, heißt das Gedicht. Wer war dieser Hugo Kersten? Über Hugo Kersten ist wenig bekannt. Er wurde 1892 in Danzig geboren und starb 1919 durch Selbstmord in Berlin. Er hat zu Lebzeiten kein Buch publiziert. Seine Texte wurden erst 1980 gesammelt. Während des Ersten Weltkrieges lebte er zeitweise in der Schweiz. Das Gedicht, das wir gewählt haben, ist noch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 entstanden. Bitte, Uli. Wir sind die Namenlosen. Wir halten unsere Lippen herb geschlossen und unsere starren Augen höhnen eigen. Wir liegen still am Straßenrand und schweigen, gleichgültigen Sinnes, müde und verdrossen. Wir sind die Übergangenen im Leben. Wir, die am Wege hinter Schlehen rasten, bis wir mit schweren Füßen weiter tasten und dennoch nie nach einem Ziel streben. Wir dürsten sehr und unsere Lippen brennen und wissen doch, es lohnt sich nicht zu trinken. Wir sind die Namenlosen, die versinken und unsere Augen brechen vorerkennen.